Ich habe als Werbetexter gearbeitet und nebenbei meinem ältesten Sohn, der heute 34 Jahre alt ist, immer Geschichten erzählt, Gute-Nacht-Geschichten. Und so entstand der kleine Meulwurf, der wissen wollte, wer auf den Kopf gemacht hat. Und witzigerweise ist mein aktuellstes, mein letztes Buch, mein Jimmy, auch wieder durch ein Gespräch mit meinem jüngsten Sohn, der ist im Moment neuneinhalb Jahre alt, entstanden. Insofern könnte man sagen, meine Ideen kommen durch Gespräche mit Kindern, beziehungsweise Inspirationen kommen über meine Kinder. Aber viele Bücher entstanden auch durch Beobachtungen, zum Beispiel im Zoo. So entstand das Erdmännchenbuch und Schlamingo und Fein, ein anderes Buch. Ja, manchmal gebe ich mir selbst auch Themen vor, wie zum Beispiel jetzt gerade Mobbing. Und das ist dann nicht so einfach, da habe ich das Thema und muss jetzt eine Idee dazu finden. Und da beißt man schon mal so ein bisschen in die Tischplatte. Also da kämpfe ich jetzt schon seit einiger Zeit, gerade mit diesem Thema, ohne dass mir die große Idee bisher kam. Und da kämpfe ich jetzt schon mal so ein bisschen in die Tischplatte.